Also Leute, ich habe übrigens auch zwei neue Intros, ich werde euch beide jetzt noch mal hier einblenden. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Video-Fobie, mit dabei ist der liebe Mal-Mal. Eww, was geht da? Ja, wir sind gerade noch in der Lobby von M.A.G.Rush, das eh keinen interessiert. Ähm, wie ihr seht, ich habe Chat-Bahn, weil ich Opfer geschrieben habe, weil er gehackt hat. Okay, aber erstmal frohes Neues und sorry, dass ich das Video erst so spät hochlade. Ja. Ja, ja. Oh, geil. Da schneide ich rein. Ey, komm, du warst schon. Leute, wir sind jetzt in der Runde. Okay, der hat auf jeden Fall sehr geringes Nockback. Hab den ein. Wie ihr seht, wir spielen M.A.G.Rush. Und hoffentlich bekomme ich die jetzt. Fuck, 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 da ist einer. Mann, bist du... Ich baue das Bett ein. Und wir beide haben unseren Namen geändert, zwar nicht dieselben, aber er heißt unterstrich mal mal und ich heiße unterstrich koscher. Ähm, warum? Weil ich den Namen geil finde. Also, er findet seinen Namen auch geil. Ich finde meinen Namen geil. Deswegen haben wir es gemacht und... Ah, fuck. Es werden demnächst jetzt auch öfter Videos kommen. Und 2018 ist es mein Ziel, mindestens 100 Abonnenten zu erreichen. Oh, easy. Mindestens 100 Abonnenten zu erreichen. Aber, da ich mit meinem Freund eine Wette gemacht habe, weil ich mit meinem Freund eine Wette gemacht habe, um eine 25 Euro PSC, ähm, wenn ich es dieses Jahr schaffe, 1000 Abonnenten zu knacken, dann kauft er mir die halt. Ja, das wäre ganz nice. So, Leute, ich glaube, ich schaffe das. Das wäre auf jeden Fall ultra crazy shit. Oh mein Gott, du bist so schlecht. Ähm, und ich habe keinen Bock, ihn eine Google Play Karte zu kaufen. Also. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, du bist so schlecht. Und... Ja, was erwartest du von mir, Alter? Oh mein Gott. So. Hä, wie kannst du ihm solche Hits geben? Das war übrigens auch mit Maus Abuse. Ähm. Ich habe leider kein Weihnachtsvideo hochgeladen. Ich habe zwar eins geschnitten, aber ich werde es definitiv jetzt nicht mehr hochladen, weil es einfach zu spät wäre und irgendwie... Scheiße. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall irgendwie... Auf irgendeine Art und Weise... Bum. Ja, geh... Oh. Oh, 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 oh. Was ist ein Opfer? Ich bin mal ohne Redoos. Mal gucken, wie ich da rasiere. Okay, Block-Imagee. Noch ein Block-Imagee. Easy, Dicker. Easy, Block... Oh, 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 oh. Drei Blocke mit Is. Drei. Und, Malino, was ist dein Ziel für dieses Jahr? Das nicht. Was? Ähm. Ich versuche ein bisschen mehr abzunehmen. Weil ich habe ja schon zwei Kilo abgenommen. Boah, bist du richtig, Dicker. Und habe das Bett zerstören lassen, weil ich schlecht bin, Dicker. Ich habe ein Bett zerstört, aber egal. Kompetenz bei Malino, Is da. Ja, heute werde ich nicht eingestellt. Und wie ihr merkt, ich habe auf jeden Fall den Block-Imagee-Client von Black Eagle FNA drin. Weil, ganz ehrlich, wer braucht... Wer braucht denn bitteschön keinen Block-Imagee-Client? Ich meine, ich kann keine Block-Imagees, weswegen ich den unbedingt brauche. Ähm. Ja. Nein! Ähm. Übrigens, Leute, mein Ziel ist es auch, ein bisschen dünner zu werden dieses Jahr. Dicker, was war denn das für ein Block-Imagee bei Ihnen? Und ich möchte mich einfach nochmal so krass... Oh! Was war ich? Ich weiß. Oh mein Gott, war das ein krasser Hit von mir. Ja. Und ich möchte mich bei euch einfach nochmal für das letzte Video bedanken. Ich habe es im November hochgeladen, aber... Trotzdem... Nochmal ein mega fettes Dankeschön, dass ihr so eine krasse Resonanz innerhalb zwei Tagen geschafft habt. Ich hatte einfach sieben Likes und einen Dislike. Also... Das Dislike... Den Dislike... Keine Ahnung, wer das... Fuck, 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 fuck. Oh. Wer mir nen Dislike gegeben hat, der ist einfach ein kleiner Piko. Ein kleiner Piko. Ähm... Und... Auf jeden Fall... Oh Gott, ich muss mich grad sogar konzentrieren. How easy. Nein! Nein! Und... Auf jeden Fall... Du lenkst sie ab, ich brauche das Bett ein. Was soll ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Ja, Hilfe. Oh, danke. Wir haben beide. Auf jeden Fall. Aber sieben Likes mit meiner Mini-Reichweite. Sieben Likes, Jungs. Sieben Likes innerhalb zwei Tage. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist echt ziemlich krass, wenn man es so sieht. Ich habe mittlerweile schon acht Likes oder neun Likes. Ach, ein Thema habe ich sogar noch. Ein Thema, ja, nice. Nice, Tiki, nice. Ähm. Und zwar. Mein Community-Name. In Klammern Community-Name. Weil. Wir sind. Irgendwie nur 36 oder so. Ich meine, 36 sind viele Leute. Ja, es sind mehr als. Die alle. Alle Leute aus meiner Klasse. Aber. Alter. Aber auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt ja mehr für Hits. Oh mein Gott. Auf jeden Fall wird der Name Kokolunken heißen. Weil ich das so nice finde, ne, Leute? Ihr müsst euch mal überlegen. Ich habe gerade so, keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe. Ich habe gerade mein Texture-Pack designt. Oder so. Es war halt nur so ein Spaß-Texture-Pack. Ich wollte. Also ursprünglich wollte ich mal ein Texture-Pack hochladen. Aber habe es da nicht gemacht. Weil. Mein Texture-Pack-Designer. Grüße gehen übrigens auch raus an dich. Was? Hat nichts anderes gemacht als. Einfach nur Schwerter gemacht, die ziemlich scheiße aussehen. Hoffentlich schaut er das Video nicht. Und hat nur den Stick gemacht. Und das ist echt. Das ist so krass, die Leistung, die er da gebracht hat, ne? Ich glaube, das würde ich nicht mal in Millionen Jahren schaffen, ne? Das ist echt so crank. Ne, Leute, aber. Ich meine, es ist nicht schlimm. Ich habe erst 36 Abonnenten. Und von daher ist das jetzt nicht so der krasseste Weltuntergang. Ja. Zurück zum Community-Namen. Also, Kukulunken, weil mein richtiger Name Corey ist, wie vielleicht schon manche wissen. Ja, genau. Und. Ähm. Und ich irgendwann mal. Zu einem Freund die ganze Zeit Halunke gesagt habe. Und irgendwann dachte ich mir dann so. Warte mal, ne Mischung aus Corey. Also, mein Spitzname ist Coco. Ähm. Und ne Mischung aus Halunken und Coco wäre doch ein richtig geiler Community-Name. Coco Lumpen. Das ist echt der voll geiler Community-Name. Ja. Coco Lumpen. Ich habe ihn in der Luft gehitter, Digga. Boah, bist du heftig. Habe ich ja noch nie geschafft, Digga. Ja, genau. Ich wollte das machen. Alter, das war ein ziemlich Software-Block im LG. Ja, genau. Ich bin so schlecht. Ich bin halt gar nicht eingespielt, so. Oh. Nein. Oh, so ein Hurensohn. Oh Gott. Was war das denn? Alter, geh mal weg. Ja, du musst doch mal her. Ah. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch so wirklich ansprechen soll. Also Leute, ich habe übrigens auch zwei neue Intros. Ich werde euch beide jetzt nochmal hier einblenden. Und ihr sollt entscheiden, welches Intro ihr besser findet. Eins oder zwei. Schreibt in die Kommentare. Oder stimmt jetzt hier oben links ab. Würde mich echt mal interessieren, weil ich bin noch am überlegen, welches Intro ich nehmen soll. Aber ich glaube... Aber ich glaube... Ich werde das zweite Intro auf jeden Fall für Vlogs benutzen. Und das erste Intro werde ich für... Wie heißt das? Wie heißt das? Für Gaming benutzen. Und ich werde jetzt auch nicht nur Minecraft bringen, sondern auch andere Games wie zum Beispiel Rocket League, falls ihr das wollt. Oder auch... Was gibt's noch? Keine Ahnung, was es noch so gibt. Auf jeden Fall... Ähm... Also Rocket League will ich auf jeden Fall bringen. Fortnite auch. Damit ich ein paar Abonnenten dazu bekomme. Denn du brauchst gar nicht versuchen zu hütten. Und... Ich hab sechs Klicks. Ja. Ja. Hurensohn. Und... Auf jeden Fall, Leute... Würde ich einfach mal sagen... Wenn euch zu viel gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ähm... Wenn ich... Ich bin so dumm. Okay, nochmal. Und dann würde ich einfach mal sagen, Leute... Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Abo wäre übrigens auch nicht verkehrt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.